und heute meine wunde hot dragon das volle pulle nachdem brauchen wir nicht ja die wäre gut 30 den wollen wir nicht sehen 66 die nehmen wir auch gleich mit schon mal ein bisschen puffer los ja ja jawohl mehr davon kommen ach du doch nicht ja 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 und ja 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 Das ist kaum ein Packmal. Schippe drauf hier, das war der Kleppblatt, boah, da hat er nicht den da, mein Gott, ey. Ja, die brauchen wir, holen wir öfter. Ja, da ist es ja wohl. Oh, da ist noch ein paar mehr sofort hier binnen hier. Ja, na klar, auf den letzten muss er noch halbieren, ganz prächtig. Ganz große Kino. Auch nicht vergönnt. Ja, da haben wir es geschafft. Versenkt, ey. Ganz große Klasse. So, dann drehen wir mal hier noch ein Ründchen. Mal gucken, ob was Fett dabei rumkommt. Richtiges schöne mal 10. Na, klöckchen ohne. Nicht. Uiuiuiuiui. Das scheint wohl wieder nicht die richtige Wahl gewesen zu sind. Mal gucken, ja. Tö. Stimmt überhaupt nicht. Na, klasse. Einmal nix. Und wir drehen mal hier noch ein Ründchen. Todem schief. Plus 2 Euro. Ist ja so immer noch ein R Sims 4 now. Sei nicht so� mutig. dès immer losb. Ja, unterstilden wir nochmal zwei R INFL. Und gleich mal eine Schippe drauf. Alles komm, innen hast du dir ein Bild. Doch, gibt's doch wohl nicht. Das war wieder eine kurze Nummer, einmal nichts. Und heute wollen wir mal jede Runde drehen. Los geht's. Mal schauen, ob wir Kirschen bekommen. Oh, ein paar mehr müssen werden. Im Idealfall fünf Stück. Und, oh, nur drei. Glückchen, 40. Oh, eiskalt daneben. Oh, das ist wirklich. Und, oh, das ist wirklich. Oh, das ist wirklich. Wie ist es? Oh, das ist ein Spiel. Oh, das ist ein Spiel. Jetzt ist es auch schon wieder eng hier. Man, keine richtige Karte, hätten wir ein bisschen Puffer gehabt, so schnell kann es gehen. Da war nichts versteckt. So, dann geht es heute mal hier eine Runde. Feuer frei. Na, du würfel mal richtig da. Das könnte ich aber besser. 2,50. 6. Schau mal, wie kann man so schlafen? Richtwürfel. Gibt es da ja nicht. Wunder! Element. Reicht schon wieder, oder was? So, Spielwechsel. Und wir schauen mal hier rein. Und 50. So, los geht's. Ein Power Spin. Oh. Schrägter Tausch. Zwei Euro. So, das ist ein Power Spin. Echt? Schrägter Tausch. Ach so, es geht's. Die zwei Euro Euro Euro. Ach so, es ist ein Power Spin. Da ist ein Power Spin. Ich kann das noch aus. Das ist doch schon wieder eine Bauchlandung. Und heute drehen wir mal hier wieder eine Runde, 2€ Einsatz extra hot. Das ist ein Wahnsinn, schade. Das ist doch schon wieder eine Runde. Komm, nochmal vier Walze voll hier. Das ist doch schon wieder eine Runde. Das ist doch wieder eine Nullnummer. Und heute wollen wir mal unser Glück hier versuchen. Mal schauen, ob was dabei ist. 1,80€ Spieleinsatz. Vielleicht mal eine Runde Freispiele. 1,80€ Spieleinsatz. 1,80€ Spieleinsatz. 1,80€ Spieleinsatz. 1,80€ Spieleinsatz. 1,80€ Spieleinsatz. Na, aww, schade. Keine Freispiele in Sicht hier. So, dann gehts auch schon weiter zum nächsten Spiel. So, mal schauen ob wir hier noch was an Land ziehen können. Na, oh man doch, da noch zwei Hangler drin. 324, kiekt der das an doch. Die hätte doch mal alle ran ziehen müssen doch. Da wäre der Sack voll. 80. Und dann hierfür noch die Nummer 10. 3xK. 444, geil. Und heute wollen wir mal hier ne Runde drehen. Mal schauen ob was bei rumkommt. 1,01 Satz. 50 Cent für das Zusatzspiel. 4xK. 4xK. 8xK. 5xK. 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 6xK. 4xK. 5xK. Make it go! Make it go! Make it go! So, there are a lot of Jena from there. Or? There is no more Jena! Schweinerei! 26! so schenken wir ihm mal noch drei vier drehungen vielleicht gibt es noch eine runde hinterher und wenn ich dann wechseln war und nicht mehr aus spiel wechsel